Exoda-Blog Wissen, der Podcast, der was weiß. Was ist da los bei den Hells Angels und den Bandidos? Massiver Clubwechsel. In den letzten Monaten sind erhebliche Clubwechsel zwischen den Hells Angels und den Bandidos in mehreren Regionen beobachtet worden, was zu einem besorgniserregenden Anstieg der Spannungen zwischen diesen beiden berüchtigten Motorradclubs geführt hat. Diese Veränderungen scheinen nicht nur lokaler Natur zu sein, sondern ziehen sich durch verschiedene Bundesländer, was ein alarmierendes Bild rund um die Dynamik der organisierten Kriminalität in Deutschland zeichnet. In mehreren Polizeiberichten wird darauf hingewiesen, dass diese Wechsel nicht nur die Struktur der Clubs beeinflussen, sondern auch zu einem Anstieg von Reibereien und potenziell gewalttätigen Auseinandersetzungen führen könnten. Denn die Hells Angels und die Bandidos sind nicht nur rivalisierende Clubs, sie sind Teil eines komplexen Netzwerkes, das sich über verschiedene Länder und Kontinente erstreckt. Hier ist die Übersetzung des Textes. Ihre Mitgliedschaft ist oft geprägt von Loyalität, was bedeutet, dass Wechsel zwischen den beiden Gruppen, die sich traditionell befeinden, nicht ohne Folgen bleiben würden. Berichten zufolge wurden in mehreren Städten und Gemeinden Mitglieder der Hells Angels beobachtet, die sich den Bandidos angeschlossen haben und umgekehrt. Diese Bewegungen könnten als strategische Entscheidungen interpretiert werden, die von der jeweiligen Situation in den Clubs, der Suche nach besserer Unterstützung oder gar dem Verlangen nach persönlichem Schutz motiviert sind. Die Gründe hinter diesen Clubwechseln sind vielfältig. Zum einen könnte der Faktor des anhaltenden Drucks durch die Strafverfolgungsbehörden eine Rolle spielen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Razzien und Festnahmen, die auf die Aktivitäten dieser Biker-Kulturellen Organisationen abzielten. Diese könnten Mitglieder dazu veranlassen, ihre Zugehörigkeit zu überdenken und vielleicht in einen Club zu wechseln, der aktuell weniger im Fokus der Ermittler steht. Gleichzeitig bedeutet solch ein Austausch auch, dass es in diesen Kreisen eine ständige Unsicherheit gibt, die sowohl bestehende Spannungen verstärken als auch neue Rivalitäten schüren kann. WhatsApp-Gruppen und soziale Netzwerke spielen heutzutage eine entscheidende Rolle. Sie könnten die Grundlage für diese Wechsel geliefert haben, indem sie Informationen über potenzielle Mitglieder, deren Loyalitäten und Bewegungen austauschen und so dazu beitragen, dass bereits bestehende Konflikte noch mehr Nahrung bekommen. Eine schier endlose Kette von Gerüchten und Spekulationen wird gestreut und nicht selten bedeuten solche Meldungen das Potenzial für Gewalttaten. Die Berichterstattung über diese Entwicklungen hat auch einen gewissen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Biker-kulturellen Szene. Anwohner berichteten von einer spürbaren Nervosität in ihrer Umgebung, da viele die Mitglieder dieser Clubs als potenzielle Bedrohung wahrnehmen, insbesondere in Anbetracht der historisch gewalttätigen Konflikte zwischen diesen beiden Gruppen. Die Clubs selbst reagieren unterschiedlich auf die Clubwechsel. Während einige Mitglieder versuchen, ihre Loyalität zu betonen und ihre Position innerhalb ihrer jeweiligen Organisation zu festigen, könnten andere dazu neigen, sich von ihren alten Verbindungen zu distanzieren und versuchen, innerhalb der neuen Strukturen Fuß zu fassen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht jeder Wechsel friedlich verläuft. Es ist denkbar, dass ehemalige Mitglieder der Hells Angels, die zu Bandidos übertreten, nach wie vor von ihren früheren Brüdern verfolgt werden. Diese komplexen menschlichen Entscheidungen in einem von Misstrauen und Rivalität geprägten Umfeld könnten in naher Zukunft zu weiteren heftigen Auseinandersetzungen führen. Die Situation ist ein eindringliches Beispiel dafür, wie sich die Dynamiken innerhalb der organisierten Kriminalität entwickeln können und wie wichtig es ist, die Geschehnisse im Auge zu behalten. Die Entwicklungen zeigen, dass sich die Beteiligten ständig anpassen und strategisch agieren müssen, um in einem sich stets verändernden Umfeld zu überleben. Die genaue Zukunft dieser beiden Clubs und ihr weiteres Zusammenspiel bleibt angesichts dieser Entwicklungen ungewiss. Aber eines ist sicher. Die Spannungen, die sich aus diesen Clubwechseln ergeben, könnten weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten sowie für die Gesellschaft insgesamt haben. In den letzten Monaten werden die Spannungen und Rivalitäten zwischen den Hells Angels und den Bandidos, zwei der bekanntesten und gefürchtetsten Motorradclubs weltweit, zunehmend intensiver. Berichte aus verschiedenen Regionen Deutschlands zeigen, dass die Konflikte nicht nur lokalisiert sind, sondern sich über mehrere Bundesländer erstrecken. Die zunehmenden Auseinandersetzungen sind nicht nur eine Herausforderung für die beteiligten Clubs, sondern auch für die Sicherheitskräfte, die versuchen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Rivalität zwischen diesen beiden Organisationen hat eine lange Geschichte, die von Konkurrenz, Machtkämpfen und immer wieder blutigen Auseinandersetzungen geprägt ist. Aktuelle investigative Berichte legen nahe, dass die Rivalität zwischen den Hells Angels und den Bandidos sich in jüngster Zeit verschärft hat. Die Mitglieder beider Gruppen scheinen in einem ständigen Wettlauf um Einfluss und Territorium zu sein, was zu einem Anstieg von aggressiven Demonstrationen in Form von Aufmärschen und provokativen Treffpunkten führt. Außerdem sind in mehreren Städten Übergriffe und gewalttätige Konfrontationen dokumentiert worden, die auf die verfeindeten Gruppierungen zurückzuführen sind. Ein besorgniserregendes Muster von Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Mitgliedern legt den Verdacht nahe, dass die Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten zunimmt, was eine potenzielle Gefährdung für die umliegenden Gemeinschaften darstellen könnte. Die Gründe für diese Spannungen sind vielschichtig und können sowohl interne als auch externe Faktoren betreffen. Interne Streitigkeiten innerhalb der Clubs, wie etwa Machtkämpfe oder Unzufriedenheit mit der Führung, können dazu führen, dass Mitglieder frustriert sind und ihre Loyalitäten überdenken. Zudem kann die sich verschärfende Konkurrenz um neue Rekruten, insbesondere in städtischen Räumen, in denen die Präsenz beider Clubs merklich wächst, zu einem Anstieg der Rivalität führen. Dies wird umso verstärkt durch die expansive Geschäftstätigkeit in Bereichen wie dem Drogenhandel, bei dem der Druck auf traditionelle Einkommensquellen zu aggressiveren Taktiken führen kann. Die Sicherheitskräfte zeigen sich besorgt über diese Entwicklungen. Berichten zufolge wurden in mehreren Städten erhöhte Polizeipräsenz und präventive Maßnahmen zur Deeskalation von Konflikten angeordnet. Die vorherrschende Einschätzung ist, dass ohne gezielte Interventionen und das Bemühen um Dialog die Möglichkeit weiterer Eskalationen gegeben ist. Einige Polizeidienststellen haben sogar spezielle Einheiten eingerichtet, die sich ausschließlich mit der Überwachung der Aktivitäten dieser Biker-kulturellen Organisationen befassen. Diese Maßnahmen könnten als Reaktion auf eskalierende Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit interpretiert werden, die nicht nur die Mitglieder selbst, sondern auch unschuldige Bürger in Gefahr bringen. Obwohl die Clubs selbst oft versuchen, ihre Aktivitäten und das Bild in der Öffentlichkeit zu kontrollieren, zeigen die steigenden Zahlen von Anzeigen und Beschwerden, dass diese Bemühungen nicht immer von Erfolg gekrönt sind. Zahlreiche Berichte belegen, dass es in den letzten Monaten vermehrt zu Zusammenstößen gekommen ist, wobei oft auch unbeteiligte Dritte in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Vorfälle haben nicht nur Konsequenzen für die direkte Umgebung, sondern können auch einen vielschichtigen Einfluss auf das gesellschaftliche Bild der Motorradclubs im Allgemeinen haben. Das öffentliche Interesse und die mediale Aufmerksamkeit richten sich vermehrt auf diese Konflikte, was in Teilen zu einer Kriminalisierung der gesamten bikerischen Subkultur führen könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird. Die Möglichkeit einer deeskalierenden Intervention scheint derzeit eher gering, da die Spannungen in der Region und die Rivalität zwischen den Hells Angles und den Bandidos weiterhin bestehen. Sollte sich die Aggression weiter erhöhen, könnte dies mehr als nur lokale Auswirkungen haben. Der Konflikt könnte in weiteren Städten ausgetragen werden, möglicherweise sogar außerhalb Deutschlands. In diesem sich ständig verändernden Szenario ist es von entscheidender Bedeutung, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und die Dynamiken zu verstehen, die hinter diesen rivalisierenden Clubkämpfen stehen. In den letzten Monaten gab es eine bemerkenswerte Zunahme an Mitgliederwechseln zwischen den Hells Angels und den Bandidos, was als signifikantes Indiz für interne Konflikte oder Unzufriedenheit innerhalb der Clubs gedeutet werden kann. Dieser Trend ist nicht nur überraschend, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die dynamische und oft brisante Interaktion zwischen diesen beiden prominenten Motorradclubs. Die Tatsache, dass Mitglieder nicht nur zwischen den verschiedenen Ortsgruppen, sondern auch zwischen den rivalisierenden Clubs wechseln, könnte auf tiefere, strukturelle Probleme hindeuten, die diese Organisationen möglicherweise belasten. Einige Beobachter machen darauf aufmerksam, dass der häufige Wechsel von Mitgliedern aus einer Gruppe zur anderen ein Zeichen von Unmut gegenüber der bestehenden Führung oder den internen Hierarchien sein könnte. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Spannungen innerhalb der Hells Angels und Bandidos, die oft in internen Machtkämpfen oder Konflikten über die strategische Ausrichtung des Clubs mündeten. Diese inneren Streitigkeiten könnten dazu führen, dass Mitglieder das Vertrauen in ihre Führung verlieren und nach Alternativen suchen, die möglicherweise mehr Freiheit oder eine andere Art von Zusammenhalt bieten. Ein solcher Wechsel könnte auch durch persönliche Differenzen, Missgunst oder andere zwischenmenschliche Konflikte bedingt sein, die sich über die Zeit angestaut haben. Zusätzlich wird vermutet, dass auch die Suche nach neuen Möglichkeiten im illegalen Geschäftsverkehr dazu führt, dass Mitglieder den Club wechseln. In einem Umfeld, das oft von Konkurrenz und territorialen Ansprüchen geprägt ist, könnte das Streben nach höheren Gewinnen oder lukrativeren Geschäftsmöglichkeiten ein Grund für die Abwanderung sein. Die Tatsache, dass einige Mitglieder den Club verlassen, um sich den Bandidos oder den Hells Angels anzuschließen, könnte als Suche nach besseren Verdienstmöglichkeiten interpretiert werden. Dies lässt sich insbesondere auf die lukrativen, aber riskanten Geschäfte im Drogenhandel und im gesamten organisierten Verbrechen zurückführen, in denen unterschiedliche Clubs um Kontrolle und Einfluss ringen. Die Beobachtungen zeigen, dass die dynamischen Wechsel innerhalb der Mitgliederstruktur nicht nur Schall und Rauch sind, sondern auch strategische Überlegungen in einer zunehmend angespannten Rivalität widerspiegeln. Clubs beobachten möglicherweise genau, wie die anderen Mitglieder auf ihre Anwerbeversuche reagieren und versuchen, die besten Strategien zu entwickeln, um ihre eigenen Reihen zu festigen. Membership Management wird mehr und mehr zu einer Kunstform. Und die Fähigkeit, Mitglieder zu halten oder neu zu gewinnen, könnte den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in diesen Organisationen ausmachen. Ein anderer relevanter Aspekt ist die Rolle der sozialen Medien und der allgemeinen Vernetzung in der heutigen Zeit. Durch Plattformen wie Facebook, Instagram und andere soziale Netzwerke sind Informationen über Clubs und deren Aktivitäten sowie die Erfahrungen von Mitgliedern leichter zugänglich. Diese Offenheit könnte nicht nur die besten Seiten eines Clubs präsentieren, sondern auch seinen negativen Aspekt zum Vorschein bringen. Missbrauch, Gewalt und andere nicht akzeptable Praktiken. Vor allem jüngere Mitglieder könnten von diesen Einblicken abgeschreckt werden oder auf der Suche nach einer Gemeinschaft mit besseren Werten und einer besseren Repertion sein, was zu einem weiteren Fluss von Mitgliedern zwischen den Clubs führt. Insgesamt ist es schwierig vorherzusagen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Die ständig wechselnden Dynamiken innerhalb der Hells Angels und der Bandidos könnten nicht nur zu einer weiteren Fragmentierung der bestehenden Gruppen führen, sondern auch neue Konflikte und Spannungen hervorrufen. Die Balance zwischen Loyalität und Unzufriedenheit wird weiterhin eine zentrale Rolle in der Beziehungsdynamik der Clubs spielen. Wenn diese Entwicklungen nicht von den Führungsebenen beachtet und angegangen werden, könnte dies langfristig schwerwiegende Auswirkungen auf die Stabilität und den Zusammenhalt beider Motorradclubs haben. In einer Welt voller Spannungen und rivalisierender Interessen ist die Lösung dieser inneren Konflikte eine unerlässliche Voraussetzung für die Zukunft beider Organisationen. In der komplexen und oft aufgeladenen Welt des organisierten Verbrechens sind Konflikte um Territorien und Einfluss häufig ein zentraler Grund für die Wandlungen innerhalb von Motorradclubs wie den Hells Angels und den Bandidos. Die Rivalität zwischen diesen beiden Gruppen ist nicht nur historisch gewachsen, sondern hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Regionen manifestiert, wobei die Konkurrenz um profitable Geschäftsbereiche und geografische Kontrolle im Vordergrund steht. Diese Dynamik könnte die Ursachen für die jüngsten Mitgliederwechsel und die damit verbundenen Spannungen erheblich beeinflussen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Rivalität liegt in der Kontrolle über bestimmte Gebiete, die als strategisch wertvoll für die Durchführung illegaler Geschäfte angesehen werden. In Städten oder Regionen, in denen die Nachfrage nach Drogen, Waffen oder anderen illegalen Gütern hoch ist, kämpfen die Gruppen nicht selten um die Vormachtstellung. Ein solcher Konkurrenzkampf kann zu offenen Auseinandersetzungen führen, bei denen es nicht nur um Macht, sondern auch um die Wahrung der eigenen Existenz geht. Wenn ein Club das Gefühl hat, dass sein Einflussbereich bedroht ist oder er von einem anderen Club angegriffen wird, kann dies drastische Reaktionen hervorrufen. Darüber hinaus könnte der Druck, den eigenen Einfluss innerhalb einer Region zu behaupten, zu internen Umstrukturierungen führen. Beispielsweise könnten Mitglieder, die mit den Entscheidungen ihrer Führung nicht einverstanden sind oder sich benachteiligt fühlen, den Club verlassen und sich einem anderen anschließen, das in ihrer Wahrnehmung bessere Bedingungen bietet. Dieser Mangel an Loyalität kann als Reaktion auf unzufriedene Mitglieder gewertet werden, die sich in der aktuellen Organisation nicht mehr wohlfühlen, was wiederum die interne Stabilität untergräbt. Zudem zeigt sich, dass in der organisierten Kriminalität auch geschäftliche Überlegungen eine Wesentlichkeit gewinnen. Die Frage nach Profitabilität und den besten Einkommensquellen spielt bei der Wahl des Clubs eine wichtige Rolle. In einem Kontext, in dem Gearbeitung und Einfluss im Drogenhandel entscheidend für den finanziellen Erfolg sind, sind Mitglieder oft bestrebt, dem Club beizutreten, der die vielversprechendsten Geschäftsmöglichkeiten bietet. Diese sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können dazu führen, dass Mitglieder die Gruppe wechseln, um die Möglichkeiten ihres Einkommens zu maximieren und ein stabileres finanzielles Fundament aufbauen zu können. Konkurrenz um Territorien und Einfluss führt zudem zu einer Aggressivitätseskalation, die sich auf verschiedene Ebenen auswirken kann. Die ständigen Kämpfe um ein besseres Standing in der organisierten Kriminalität bringen nicht nur Gewalt mit sich, sondern auch potenzielle rechtliche Konsequenzen, die sich negativ auf die Mitgliederstruktur der Clubs auswirken könnten. Wenn im Rahmen von Machtkämpfen strafrechtliche Ermittlungen gegen bestimmte Gruppen eingeleitet werden, kann dies eine Kettenreaktion auslösen, bei der Mitglieder fliehen, um sich vor möglichen Konsequenzen zu schützen. In solchen Gegebenheiten kann die Frage der territorialen Kontrolle überlebenswichtig sein. Und die daraus resultierenden Unsicherheiten tragen dazu bei, dass die Mitgliederabwanderung ansteigt. Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang betrachtet werden sollte, ist die Rolle von sozialen Netzwerken und der Medialisierung solcher Konflikte. In der heutigen vernetzten Welt sind Berichte über Konflikte zwischen den Clubs oft schnell verbreitet, was sowohl die öffentliche Wahrnehmung als auch die internen Dynamiken beeinflusst. Diese Medialisierung kann Druck auf die Organisationen ausüben, ihre Machtpositionen zu behaupten und damit auch zur Loyalität der Mitglieder beitragen oder diese untergraben, wenn Mitglieder die Öffentlichkeit über interne Differenzen informieren. Abschließend lässt sich sagen, dass die Konkurrenz um Territorien und Einfluss im organisierten Verbrechen nicht nur ein Bereich der Auseinandersetzung zwischen Clubs darstellt, sondern vielmehr eine multiple Dimension von Herausforderungen und Möglichkeiten hervorbringt. Diese Dynamik fördert nicht nur interne Wandlungen, sondern ist auch direkt mit der Art und Weise verbunden, wie Mitglieder Loyalität empfinden und Entscheidungen bezüglich ihres Verbleibs innerhalb dieser komplexen Organisationen treffen. Die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich bleiben daher spannend zu beobachten, da sie die zukünftige Struktur und die Beziehungen innerhalb und zwischen diesen Gruppierungen erheblich beeinflussen könnten. In den letzten Monaten haben die Medien vermehrt über die Aktivitäten der Hells Angels und Bandidos berichtet, insbesondere in Bezug auf die steigenden Spannungen und Mitgliederwechsel zwischen diesen beiden dominierenden Motorradclubs. Diese verstärkte Berichterstattung hat das öffentliche Interesse an den Dynamiken innerhalb der organisierten Kriminalität und den damit verbundenen Konflikten in der Gesellschaft maßgeblich gesteigert. Solche Entwicklungen haben nicht nur Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Clubs durch die Allgemeinheit, sondern auch zugrunde liegende gesellschaftliche und rechtliche Fragestellungen aufgeworfen. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über die komplexen Strukturen und die innere Funktionsweise solcher Gruppen. Berichte über Mitgliederwechsel können als Indikator für interne Konflikte oder Unzufriedenheit innerhalb der Clubs gedeutet werden. Solche Informationen werden häufig durch Augenzeugenberichte oder Insiderquellen unterstützt, die den Journalisten Einblicke gewähren, die andernfalls verborgen blieben. Diese Art von investigativem Journalismus bietet den Lesern die Möglichkeit, die Schattenseiten des Lebens innerhalb dieser Organisation zu verstehen und ein besseres Bewusstsein für die realen Risiken und Konsequenzen, die erwiesenermaßen mit der Mitgliedschaft in solchen Gruppen verbunden sind, zu entwickeln. Ebenso wird durch aktuelle Medienberichterstattung das Bewusstsein über möglicherweise kriminelle Aktivitäten geschärft, die möglicherweise im Zusammenhang mit diesen Clubs stehen. Wenn über Vorfälle berichtet wird, in denen Mitglieder vor Gericht stehen oder im Rahmen von Ermittlungen gegen die Clubs selbst in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, ist das oft ein Anzeichen dafür, dass interne Spannungen an die Oberfläche dringen. Diese Art von Berichterstattung kann auch zu einer breiteren Diskussion über die Effektivität der Sicherheitsbehörden führen, was dazu beiträgt, die gesellschaftliche Debatte über den Ansatz zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität zu intensivieren. Zudem sind die sozialen Medien in der heutigen Zeit eine entscheidende Plattform für die Verbreitung solcher Berichte. Die Dynamik der Online-Kommunikation ermöglicht es, Informationen in Echtzeit zu teilen und große Publikumsgruppen zu erreichen. Hier der übersetzte Text. Nutzer tauschen sich aus, kommentieren und reagieren auf Berichte, was die öffentliche Diskussion anheizt und die Sichtweise einer breiteren Bevölkerungsgruppe beeinflusst. In diesem Zusammenhang kann es auch zu einer Art von Sensationslust kommen, die sowohl die Faszination für das Verbotene als auch die Ermittlungen des Staates befeuert. Die medienwirksame Präsentation von Konflikten zwischen den Hells Angels und Bandidos könnte in der Tat dazu beitragen, Klischees und Vorurteile über die Motorradkultur zu verstärken, während gleichzeitig der Fokus auf die realen menschlichen Konsequenzen gelegt wird, die aus diesen Rivalitäten resultieren. Die Berichterstattung führt außerdem dazu, dass sich rechtliche Institutionen unter Druck gesetzt fühlen, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Öffentliches Interesse und mediales Echo sind oft ausschlaggebend dafür, wie und wann Ermittlungen angestoßen oder intensiviert werden. Hohe Medienaufmerksamkeit kann die Behörden dazu bringen, eine aggressivere Strategie zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen zu verfolgen. Das kann Folgendes beinhalten. Verstärkte Polizeipräsenz in bestimmten Regionen, Ermittlungen gegen prominente Mitglieder oder auch den Einsatz spezieller Einheiten zur Bekämpfung von Bandenkriminalität. Was die Auswirkungen der Medienberichterstattung auf die Clubs selbst betrifft, so könnte die verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit sowohl positive als auch negative Folgen haben. Auf der einen Seite könnte ein negatives Image zu einem Rückgang von Rekrutierungen und damit langfristig zu einer Schwächung der Mitgliederzahl führen. Auf der anderen Seite könnte die mediale Präsenz auch einen gewissen Mythos um die Clubs erzeugen, der potenzielle Mitglieder anzieht, die von der Rebellion und dem wilden Lebensstil angezogen werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die verstärkte Medienberichterstattung über die Entwicklungen zwischen den Hells Angels und Bandidos nicht nur ein Indikator für die wachsenden Spannungen zwischen diesen Clubs ist, sondern auch eine Vielzahl von gesellschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Gesprächsthemen angestoßen hat. Das öffentliche Interesse an diesen Themen nimmt zu, was sowohl die Wahrnehmung des organisierten Verbrechens als auch die Reaktionen der Behörden beeinflussen könnte. Diese Entwicklung ist ein Beispiel dafür, wie Medien nicht nur Informationen verbreiten, sondern auch das gesellschaftliche Bewusstsein und die entsprechenden Antworten auf schwerwiegende gesellschaftliche Fragestellungen prägen können. Die Hells Angels und die Bandidos sind zwei der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Motorradclubs, die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit agieren. Beide Clubs zeichnen sich durch ihre lange Geschichte und ihre tief verwurzelten Rivalitäten aus, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. Diese Rivalität hat eine Vielzahl von Spannungen und Konflikten hervorgebracht, die mittlerweile in der Gesellschaft und in den Medien breite Beachtung erfahren. Sowohl die Hells Angels als auch die Bandidos haben ihre eigenen einzigartigen Kulturen, Traditionen und eine stark ausgeprägte Identität, die ihren Mitgliedern einen Sinn für Zugehörigkeit und eine familiäre Struktur bieten. Diese Aspekte können jedoch auch dazu führen, dass die rivalisierenden Clubs in einen ständigen Wettkampf um Macht, Einfluss und Territorium eintreten, was immer wieder zu Auseinandersetzungen führt. Die bekannten Rivalitäten zwischen diesen beiden Gruppen stammen oft von tief verwurzelten Unterschieden in ihrer Ethik, ihrer Hierarchie sowie ihrer Herangehensweise an das organisierte Verbrechen. Während die Hells Angels häufig als elitärer und geheimnisvoller wahrgenommen werden, gelten die Bandidos als lautstärker und turbulenter, was ihre Außendarstellung und dem Umgang mit der Öffentlichkeit einen anderen Charakter verleiht. Diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Erscheinungsbilder sorgen dafür, dass sich potenzielle Mitglieder, aber auch das allgemeine Publikum oft mit einem bestimmten Club identifizieren oder von einem anderen abwenden, basierend auf persönlichen Vorlieben oder aktuellen gesellschaftlichen Strömungen. Die Rivalität der Hells Angels und Bandidos ist nicht nur auf persönliche Differenzen zurückzuführen, sondern lässt sich auch auf die Konkurrenz um Territorien und Einfluss innerhalb des organisierten Verbrechens zurückführen. Beide Clubs haben versucht, ihre Einflusssphären auszudehnen, wobei es zu Einschnitten in den Lebensraum des jeweils anderen kommt, was zwangsläufig Konflikte nach sich zieht. Diese territorialen Rivalitäten können zu brutalen Kämpfen, Übergriffen und sogar tödlichen Auseinandersetzungen führen, die nicht nur Mitglieder der Clubs, sondern auch Unbeteiligte betreffen. In jüngster Zeit sind Berichte über Auseinandersetzungen zwischen diesen Motorradclubs zunehmend in der Öffentlichkeit wahrnehmbar geworden. Auf zahlreichen Nachrichtenportalen finden sich Berichte über Vorfälle, die von Schlägereien und gewaltsamen Zusammentreffen bis hin zu mutmaßlichen Übergriffen auf Clubhäuser reichen. Auch die Polizei hat darauf reagiert und in verschiedenen Städten verstärkt Präsenz gezeigt, um die Situation unter Kontrolle zu halten und potenzielle Gewalttätige aufeinandertreffen zwischen den zwei rivalisierenden Gruppen zu verhindern. Dennoch bleibt die Frage, inwiefern die bestehenden Spannungen tatsächlich die Sicherheit der Bevölkerung beeinflussen und wie die Behörden damit umgehen. Der erfolgreiche Rekrutierungsprozess neuer Mitglieder ist ein weiterer Aspekt dieser Rivalität. Beide Clubs sind stets bemüht, ihre Mitgliederzahlen zu erhöhen, um ihren Einfluss auf die Straßen und in der Unterwelt zu festigen. Diese Rekrutierungsmaßnahmen sind jedoch nicht ohne Risiko, da sich immer wieder neue Gesichter in einer potenziell explosiven Mischung aus Loyalität und internen Konflikten behaupten müssen. Spannungen innerhalb der Clubs selbst können auch zu einem gestiegenen Stresslevel und damit zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft führen, was sowohl für die Mitglieder als auch für die Gesellschaft insgesamt besorgniserregend ist. In der zunehmend globalisierten Welt des organisierten Verbrechens sind die Hells Angels und Bandidos nicht nur in ihren eigenen Ländern, sondern auch international tätig. Diese Globalität der Aktivitäten führt zu neuen Rivalitäten und Konflikten über nationale Grenzen hinweg, was das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen den beiden Clubs weiter verschärfen kann. Die Vorurteile und Spannungen, die diese Rivalität nähren, sind zu einem wichtigen Teil der Kulturen beider Gruppen geworden, die sich in Symbolen, Farben und in der alltäglichen Kommunikation manifestieren. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Einfluss, den soziale Medien auf die Darstellung dieser Motorradclubs haben können. Videos von Zusammenstößen, Bilder von Clubmitgliedern und Diskussionen über die Clubs können auf Plattformen wie Instagram oder Facebook viral gehen, was in der Öffentlichkeit oft für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt. Dies führt nicht nur zu einer weiteren Politisierung der Rivalitäten, sondern kann auch bestehende Klischees über Motorradclubs verstärken und eine noch festere Abgrenzung zwischen den Hells Angels und den Bandidos zementieren. Letztlich ist die Rivalität zwischen den Hells Angels und den Bandidos ein komplexes Phänomen, das weitreichende gesellschaftliche, kulturelle und rechtliche Implikationen hat. Es zeigt auf, wie tiefgreifende Identitätsfragen, der Wettbewerb um Macht und Einfluss sowie kulturelle Unterschiede zu einem schädlichen Konflikt zwischen zwei Gruppen führen können, die sich gleichzeitig als Gemeinschaft und als Konkurrenten betrachten. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Spannungen im Laufe der Zeit entwickeln werden und welche Strategien die Clubs entwickeln, um ihre Positionen zu behaupten oder sich möglicherweise neu zu orientieren. Die Sicherheitsbehörden haben in den letzten Monaten verstärkt die Entwicklungen zwischen den Hells Angels und den Bandidos im Blick. Die Beobachtungen der Sicherheitskräfte sind vor allem durch ein gestiegenes Risiko für gewalttätige Auseinandersetzungen motiviert, das aus der intensiven Rivalität zwischen diesen beiden großen Motorradclubs resultiert. Diese Auseinandersetzungen könnten nicht nur interne Konflikte innerhalb der Clubs betreffen, sondern auch eine Gefährdung für die allgemeine Öffentlichkeit darstellen. Insbesondere die zurückliegenden Berichte über gewalttätige Vorfälle, die in Verbindung mit den beiden Clubs standen, haben die Alarmglocken bei den Behörden läuten lassen, deren primäres Ziel es ist, öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Anzeichen für eine Eskalation der Konflikte mehren sich. In mehreren Städten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern beider Clubs, die in erster Linie um territoriale Ansprüche und Einfluss im organisierten Verbrechen kreisen. Die Sicherheitsbehörden haben bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um potenzielle Konfliktherde im Vorfeld zu identifizieren und zu entschärfen. Dazu gehören unter anderem verstärkte Streifeneinsätze in besonders hoffenen Gebieten, verstärkte Kontrollen in Clubs und relevanten Treffpunkten, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Stadtbehörden, sowie der Informationsaustausch mit Ermittlungsbehörden. Ein zentrales Anliegen der Sicherheitsbehörden ist die Verhinderung von gewalttätigen Konflikten, die durch die Rivalität der Clubs möglicherweise auf die Zivilbevölkerung übergreifen könnten. Historisch betrachtet haben Konflikte zwischen Motorradclubs oft zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen geführt, die nicht nur die beteiligten Mitglieder, sondern auch Unbeteiligte in der nahen Umgebung betroffen haben. Umso wichtiger ist es, dass die Sicherheitskräfte präventiv tätig werden und sowohl die Mitglieder der Clubs als auch die Bevölkerung sensibilisieren. Bei der Durchführung von Präventionsprogrammen stehen oft Informationen über die Strukturen der Clubs, deren Mitgliedschaft und den damit verbundenen Lebensstil, der häufig Gewalt und Aggression propagiert, im Vordergrund. Die Bedrohung, die von Auseinandersetzungen zwischen Motorradclubs ausgeht, wird durch die Tatsache verstärkt, dass viele Mitglieder über militärische oder paramilitärische Hintergründe verfügen. Diese könnten nicht nur in der Lage sein, gewaltsame Konflikte auf eine neue Ebene zu heben, sondern auch strategisch agieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten ist es für Sicherheitsbehörden von größter Bedeutung, ein umfassendes Bild der Lage zu gewinnen und Ressourcen entsprechend zu verteilen. Darüber hinaus zeigen vergangene Ereignisse, dass die Loyalität und die Subkultur innerhalb der Clubs eine Rolle spielen können, wenn es um die Neubesetzung von Mitgliedern geht, die möglicherweise aufgrund von Unzufriedenheit innerhalb ihrer eigenen Gruppe den Club wechseln oder in Konflikte geraten könnten. Da immer wieder neue Berichte über Mitgliederwechsel zwischen den Hells Angels und den Bandidos aufgetaucht sind, sehen die Sicherheitsbehörden hierin einen weiteren möglichen gefährlichen Aspekt. Ein solcher Wechsel könnte auf nicht nur interne Unzufriedenheiten hinweisen, sondern auch für das Entstehen neuer Gruppierungen sorgen, die bereit sind, zu extremen Maßnahmen zu greifen, um die eigenen Positionen zu verteidigen oder den Einfluss des jeweils anderen Clubs zu schwächen. Um also eine Eskalation der Situation zu verhindern, ist eine enge Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte mit sozialen Einrichtungen, kommunalen Behörden und anderen gesellschaftlichen Akteuren erforderlich. Auf diese Weise kann ein Netzwerk geschaffen werden, das sowohl die Sicherheit fördern als auch aus der Bevölkerung heraus für ein besseres Verständnis der auftretenden Probleme sorgen kann. Ziel ist es, sowohl den Mitgliedern der Clubs als auch den Bürgern die Facetten dieser Konflikte verständlich zu machen und gleichzeitig die Zahl der Vorfälle, die sich potenziell zu gewalttätigen Auseinandersetzungen entwickeln könnten, zu minimieren. Letztlich zeigt die Situation, dass es sich um ein komplexes Problem handelt, das einer differenzierten Herangehensweise und umfassender Strategien bedarf. Die Beobachtungen der Sicherheitsbehörden sind daher nicht nur eine reine Reaktion auf das aktuelle Geschehen, sondern sollten auch in einen größeren Kontext gestellt werden, der das Potenzial für zukünftige Konflikte in den Blick nimmt. Ein bedachtes und verantwortungsvolles Vorgehen ist unerlässlich, um sowohl die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten als auch der Dynamik der Rivalitäten zwischen den Hells Angels und den Bandidos gerecht zu werden. Die Folgen der Corona-Pandemie haben viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens beeinflusst und die Dynamiken innerhalb von Motorradclubs, insbesondere zwischen den Hells Angels und den Bandidos, scheinen davon nicht ausgenommen zu sein. Über die letzten Monate hinweg haben Beobachtungen gezeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Belastungen möglicherweise eine zentrale Rolle bei der Erschütterung von Allianzen und der Veränderung von Mitgliederdynamiken innerhalb dieser Clubs spielen. In Zeiten, in denen soziale Interaktionen stark eingeschränkt waren und viele Menschen unter wirtschaftlichem Druck standen, ist es plausibel, dass auch die psychologischen und sozialen Aspekte innerhalb der Clubs beeinträchtigt wurden. Die Schließungen von Bars, Restaurants und anderen sozialen Treffpunkten haben den Clubs das gewohnte Umfeld entzogen, in dem sich Mitglieder regelmäßig treffen konnten. Diese Rückzüge könnten dazu geführt haben, dass Unzufriedenheit und Spannungen aufkamen, gerade in einer Zeit, in der viele Mitglieder unter Isolation und wirtschaftlicher Unsicherheit litten. In solch einer Situation wachsen die Herausforderungen sowohl von äußeren Faktoren wie polizeilichen Kontrollen und verstärktem Sicherheitsdruck als auch von inneren Faktoren wie den persönlichen Lebensumständen der Mitglieder, was wiederum zu Unsicherheiten innerhalb der Gruppendynamik führen kann. Wirtschaftliche Probleme, die durch die Pandemie verschärft wurden, könnten auch die Ressourcen der Clubs beeinflusst haben. In vielen Fällen sind Motorradtouren, Events und andere Einnahmequellen, die für den finanziellen Bestand der Clubs von Bedeutung sind, entfallen oder stark reduziert worden. Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch D-D-D-E. Solche finanziellen Engpässe könnten dazu führen, dass Mitglieder unzufriedener werden, weil sie möglicherweise die Unterstützung und den Lebensstil, den sie mit dem Club assoziieren, nicht mehr aufrechterhalten können. Zudem könnte diese wirtschaftliche Unsicherheit zu einem Anstieg interner Konflikte führen, da Mitglieder möglicherweise um die knapper werdenden Ressourcen konkurrieren oder sich gezwungen sehen, ein paar aus ihren Clubs auszutreten, um bessere finanzielle Möglichkeiten woanders zu finden. In dieser angespannten Atmosphäre könnte auch eine verstärkte Tendenz zur Fluktuation von Mitgliedern zwischen den Clubs zu beobachten sein. Einige Mitglieder könnten den Bedarf verspüren, ihre Loyalitäten zu überdenken oder nach alternativen Gemeinschaften zu suchen, die möglicherweise eine stabilere zugrunde liegende Struktur oder andere Einkommensmöglichkeiten bieten. Diese Wechsel könnten in einem Kontext stattfinden, in dem die These besteht, dass Mitglieder in einer Zeit von Unsicherheiten und Veränderungen eher bereit sind, ihre Zugehörigkeit zu hinterfragen und die Vorzüge oder Nachteile verschiedener Clubs zu analysieren. Die Verlagerung der Basisoperationen von physischen zu virtuellen Räumen könnte ebenfalls eine Rolle spielen. In einer Zeit, in der persönliche Treffen und die gewohnte Kultur der Motorradclubs stark eingeschränkt sind, könnte das Online-Engagement in sozialen Medien und Plattformen dazu führen, dass sich neue Netzwerke entwickeln und bestehende Beziehungen möglicherweise geschwächt werden. Dies könnte zu einer Fragmentierung innerhalb der Clubs führen, die in ihrer Ideologie und der Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, erheblich betroffen sind. Zudem könnten einige Mitglieder durch die Veränderungen, die die Pandemie mit sich brachte, dazu gedrängt werden, ihre eigenen Werte und Prioritäten zu überdenken. In schwierigen Zeiten können persönliche Überzeugungen an die Oberfläche kommen, die eine Neubewertung dieser Bande zur Folge haben. Dies könnte dazu führen, dass einige sich von gewalttätigen oder illegalen Praktiken abwenden, während andere einen höheren Druck spüren, sich an aggressive Aktivitäten oder Machtspiele anzupassen, um ihren Platz innerhalb der Clubs zu verteidigen. Insgesamt deuten die Beobachtungen darauf hin, dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Bedingungen den sozialen und emotionalen Rahmen der Club-Dynamiken beeinflusst haben. Die sich verändernde wirtschaftliche Landschaft könnte nicht nur die Spannungen und Unsicherheiten in den Club-Strukturen verstärken, sondern auch dazu führen, dass sich die Mitglieder vermehrt mit Unsicherheit, Frustration und möglichen Konflikten auseinandersetzen müssen. Diese Region beschreibt die Notwendigkeit für Experten und Sicherheitsbehörden, den Wandel in diesen Gemeinschaften sorgfältig zu prüfen und die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Faktoren zu betrachten, die weiterhin zu dieser fortwährenden Dynamik beitragen. Die Fähigkeit, auf diese Herausforderungen zu reagieren und die eigenen Strukturen der Clubs zu stärken oder neue Wege der Gemeinschaft zu schaffen, könnte für viele der Mitglieder entscheidend sein, um aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Austritte und die Aufnahme neuer Mitglieder in Motorradclubs, insbesondere bei den großen und miteinander rivalisierenden Gruppen wie den Hells Angels und den Bandidos, können weitreichende und langfristige strukturelle Veränderungen innerhalb dieser Organisationen mit sich bringen. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch.de. Das komplexe Zusammenspiel von Mitgliederdynamik, Loyalität und den internen Hierarchien wird nicht nur durch individuelle Entscheidungen geprägt, sondern auch durch die allgemeine gesellschaftliche Lage und aktuelle Entwicklungen. Zunächst einmal ist zu berücksichtigen, dass ein Austritt eines langjährigen Mitglieds häufig mehr als nur eine persönliche Entscheidung darstellt. Solche Ausstiege können das Machtgefüge innerhalb des Clubs erheblich beeinflussen. Oftmals liegen hinter dem Austritt tiefere Konflikte oder Unzufriedenheiten innerhalb der Struktur der Clubs. In vielen Fällen könnten Mitglieder, die aufgrund interner Meinungsverschiedenheiten oder eines Verlusts der Identifikation mit den Zielsetzungen ihrer Clubs ausscheiden, nicht nur persönliche Gründe für ihren Austritt haben. Ihre Entscheidung könnte auch für andere Mitglieder als Signal dienen, möglicherweise über ihren Platz im Club nachzudenken. Dies könnte einen Dominoeffekt auslösen, der zu einer Schwächung der internen Stabilität führt. Auf der anderen Seite kann der Eintritt neuer Mitglieder ebenfalls transformative Veränderungen mit sich bringen. Neue Mitglieder bringen nicht nur frische Perspektiven und Meinungen in den Club ein, sondern sie können auch ganz unterschiedliche soziale Netzwerke und Verbindungen mitbringen, die wiederum Einfluss auf die Struktur des Clubs haben. Ein jüngerer Zuwachs kann den Club-Charakter verändern und möglicherweise neue Aktivitäten oder Interessen hervorbringen, die von der bisherigen Mitgliedschaft nicht vertreten wurden. Diese Veränderungen sind oft nicht trivial und können bestehende Strukturen infrage stellen. Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist die Art der Mitgliedschaft. In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Wandlung in der Wahrnehmung von Mitgliedschaften bei Motorradclubs abgezeichnet. In einer Zeit, in der die Bindungen zu Organisationen in der Gesellschaft flexibler geworden sind, könnte sich auch die Vorstellung von Loyalität innerhalb der Clubs in Richtung einer weniger strengen Bindung hin entwickeln. Hier ist die Übersetzung des Textes. Wenn neue Mitglieder weniger an den traditionellen Werten und Kulturen der Clubs festhalten, könnte dies zu einem Vorstoß in eine neue Richtung führen, was wiederum bestehende Strukturen destabilisieren könnte. Des Weiteren könnten wirtschaftliche Faktoren eine Rolle spielen. Wenn neue Mitglieder hinzukommen oder langjährige Mitglieder die Clubs verlassen, könnte das finanzielle Gleichgewicht des Clubs gefährdet werden. Clubs, die stark auf Einnahmen aus Veranstaltungen, Merchandising oder anderen geschäftlichen Unternehmungen angewiesen sind, könnten durch plötzliche Veränderungen in der Zusammensetzung ihrer Mitglieder vor Herausforderungen gestellt werden. Ein Austritt von Mitgliedern, die möglicherweise auch als Geldgeber fungierten oder durch ihre Kontakte zusätzliche Einnahmen generierten, kann weitreichende Effekte haben. Die Dynamik innerhalb der Clubs könnte nicht nur auf einer sozialen Ebene, sondern auch auf einer wirtschaftlichen Ebene beeinflusst werden. Die Art der Mitgliedschaft ist auch ein Thema, das nicht unterschätzt werden sollte. In jüngeren Jahren gab es Berichte, dass einige Clubs verstärkt auf eine quasi geschäftliche Mitgliedschaft setzen, in der Mitglieder möglicherweise nicht mehr die ehrenhaften Ideale und Traditionen der Clubs hochhalten, sondern eher individuelle Interessen und Gewinne in den Vordergrund stellen. Diese Entwicklung kann langfristig nicht nur die innere Kohärenz, sondern auch das Bild, das die Öffentlichkeit von diesen Clubs hat, erheblich verändern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausstiege und der Eintritt neuer Mitglieder weitreichende strukturelle Veränderungen innerhalb von Motorradclubs mit sich bringen können. Die Dynamiken, die durch diese Wechsel entstehen, beeinflussen nicht nur die Identität der Clubs, sondern auch deren strategische Ausrichtung und die Art der Interaktion zwischen den Mitgliedern. In einer sich ständig verändernden Gesellschaft, in der Loyalitäten und Identitäten im Fluss sind, müssen Clubs sich weiterhin anpassen, um relevant zu bleiben. Die langfristigen Folgen solcher Veränderungen können in den kommenden Jahren entscheidend dafür sein, wie sich die Landschaft der Motorradclubs entwickeln wird. Die Frage bleibt, welche Art von Clubkultur letztlich die Oberhand gewinnen wird und welche Werte, Traditionen und Beziehungen als tragfähig angesehen werden. Die Rolle sozialer Medien und Online-Plattformen im Kontext von Motorradclubs hat sich in den letzten Jahren entscheidend verändert und nimmt eine zentrale Stellung im Austausch und in der Kommunikation zwischen den Mitgliedern ein. Diese digitalen Kanäle bieten nicht nur eine Plattform für die Präsentation und Verbreitung von Inhalten, sondern sie fungieren auch als Mittel zur schnellen und unkomplizierten Kommunikation und Interaktion. Dies hat zur Folge, dass traditionelle Strukturen und Kommunikationswege innerhalb von Clubs nachhaltig beeinflusst werden. Zuvor waren die Wechsel zwischen Clubs oft von langwierigen, komplexen Entscheidungsprozessen geprägt, die durch persönlichen Kontakt, intensives Networking und die physische Präsenz bei Club-Events gekennzeichnet waren. Mitglieder mussten oft persönliche Beziehungen aufbauen und Vertrauen gewinnen, bevor sie einen Wechsel in Betracht zogen. Diese Prozesse konnten sich über Monate oder gar Jahre hinziehen. Abhängig von den inneren Strukturen und der Kultur eines jeden Clubs. Auf der anderen Seite erfordert die digitale Kommunikation nicht nur eine Anpassung an ein schnelleres Tempo, sondern ermöglicht es den Mitgliedern auch, Informationen und Eindrücke aus verschiedenen Quellen zeitgleich zu konsumieren, was zu einer veränderten Wahrnehmung von Club-Identität und Loyalität führen kann. Mit der Verbreitung sozialer Medien haben Motorradclubs zunehmend die Möglichkeit, ihre Aktivitäten, Veranstaltungen und sogar ihre internen Konflikte öffentlich zu machen. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Das Bild, das ein Club nach außen trägt, kann in der digitalen Welt in Echtzeit gestaltet und angepasst werden. Diese Sichtbarkeit hat das Potenzial, neue Mitglieder anzuziehen, kann aber andererseits auch bestehende Mitglieder dazu bewegen, ihre Loyalität zu hinterfragen, insbesondere wenn sie negative Nachrichten oder kontroverse Inhalte über ihren eigenen Club sehen. Ein Mitglied, das sich nach einem Konflikt oder nach einem als ungerecht empfundenen Vorfall innerhalb des Clubs umhört, kann schnell über die sozialen Medien in Kontakt mit anderen Clubs treten, die möglicherweise eine attraktivere oder weniger konfliktbeladene Alternative bieten. Eine weitere Dimension, die sich durch die Nutzung digitaler Plattformen ergibt, ist die Möglichkeit der Anonymität. Mitglieder, die sich in ihrem aktuellen Club unwohl fühlen oder mit Entscheidungen unzufrieden sind, könnten sich anonym in Foren oder sozialen Netzwerken äußern. Dies kann einen offenen Austausch über die Unzufriedenheit innerhalb der Clubs fördern, aber auch die Risikobereitschaft erhöhen, den Club zu wechseln. Die digitale Welt bietet somit Raum für Meinungen, die möglicherweise nicht in persönlichen Gesprächen artikuliert würden. Diese Dynamik erleichtert nicht nur den Austausch über Unzulänglichkeiten in einem Club, sondern gibt auch die Möglichkeit, alternative Clubs zu erkunden, ohne gleich persönliches Risiko einzugehen. Durch die Innovation und die Anpassung an technologische Veränderungen kommt es unter Umständen zu einer Erhöhung der Flexibilität. Ein Mitglied, das Entscheidungen in anderen Clubs einholen möchte, kann dies nun in viel kürzerer Zeit tun, als es zuvor möglich war. Einblicke in die internen Strukturen und die Atmosphäre eines anderen Clubs können durch Social-Media-Plattformen schnell vermittelt werden, sodass die Entscheidungsfindung für einen Wechsel nicht mehr lange dauert. Solche Faktoren treiben eine schnellere Mobilität innerhalb der Szene voran, was dazu führen kann, dass die individuellen Bindungen an Clubs immer flüchtiger werden. Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind vielschichtig. Einerseits könnte dies zu einer Auflockerung der Traditionen innerhalb von Clubs führen. Die Werte und Loyalitäten, die in einer analogen Welt über Jahre hinweg gepflegt wurden, könnten in einer digitalen Umgebung weniger bedeutsam erscheinen. Andererseits kann es auch hilfreich sein, dass Mitglieder, die aufgrund von negativen Erfahrungen oder einem Mangel an Gemeinschaft innerhalb eines Clubs nicht mehr glücklich sind, schneller eine neue, potenziell passendere Umgebung finden können. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist auch die Gefahrenlage, die durch diese digitale Vernetzung entsteht. Ein schneller Austausch von Informationen kann auch zu Konflikten oder Missverständnissen führen, die in der analogen Welt möglicherweise nicht so schnell aufgeflogen wären. Fehlinformationen können sich rasch verbreiten und Spannungen zwischen den Clubs erhöhen. Das Potenzial für Missverständnisse und Konflikte ist im digitalen Raum einzigartig hoch, was schließlich in der realen Welt zu unvorhersehbaren und möglicherweise gewalttätigen Auseinandersetzungen führen kann. Insgesamt lässt sich sagen, dass soziale Medien und Online-Plattformen einen signifikanten Einfluss auf die Dynamik von Motorradclubs ausüben, indem sie den Austausch und die Kommunikation zwischen Mitgliedern erheblich erleichtern. Diese Entwicklungen können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Struktur und Loyalität der Clubs haben und verändern grundlegend die Art und Weise, wie Mitglieder sich zu ihren Organisationen verhalten und wie sie Entscheidungen über ihren Verbleib treffen. Die Zukunft der Motorradclubs wird daher eng mit der Entwicklung und den Veränderungen in der digitalen Kommunikation verknüpft sein. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.